stark weil ich sonst nicht starten kann okay ein bullshit na sag mal lucy dann entweidet sie mich zu einer park so ich hab die auf privat gestellt ja die hat mich gerade auf hd entweidet ich hab sie jetzt aber zurückgearbeitet und verweidet zurück nein gebraucht jetzt ist mir der krieg zu dem milch gefallen so eine scheiße los geht es kommt in mir drin gesteckt das war der schwule moment ist da unten bei deiner hauptwaffe habe ich jetzt nur fünf und acht magazin 3 von 4 granaten 2 von 4 stimmst also stelle ersten beim ersten dingen würde ich jetzt komplett voll rauskommen jedes mal nicht gespawnden und jetzt krieg ich halt nur die hälfte so hat er jetzt geschrieben oder was schaut aber die fisch okay das soll in die balle kommen pau 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 ich hab sie schon eingeladen ja ich hab mein ding südöstlich ich hab mal das ding markiert wo wir hin müssen ja auch so hat man mein maschinengewehr hinter links und dann auch recht das musik ist der male beigetreten bei mir lebt sie noch ja die länder auch noch sehr wichtig stolz verleitung immer mein gewähr geht mir mein gewähr vielleicht kommen wir mal ein gewährlich das blaue ding haben keine zeit mit mädeln zu spielen wir sollten uns hier sowieso nein dann geht es dass wir so eine art clown kunde und spielnehmer ne glaube ich nicht bekommst du siehst du hier wenn du hier hingehst du schon das ding in jahren und ausprobieren links rechts zu der network aber kann ich nicht connecten ja das gibt sich gleich das ist immer bei ihr ich sag doch im osten ist es scheiße wo der router 50 km entfernt steht versuch da dann mal ein balken zu bekommen wo ist denn bei dir da hinten bei den 360 grad kalt ach da ok oh oh fuck me ah da hinten ey schon geht das ding an die arbeit schon geht das ding an die arbeit oh siehste und schon haben wir hier das ding gemacht siehste haben wir schon wieder xp 50 siehste wenn wir können ganz genau so jetzt ist es los wo gehen wir hier wo gehen wir hier wo gehen wir wo können das war das blaue ding ok okay gehst du mal da hin ach der ist er ja müssen wir dir da ein ich muss es in top erstmals spielen mein zu dem punkt oder den ja drucken seien haben wir ja gesagt, Lucy, spiel du das schnell und dann kannst du bei uns reinscheuen und such dir für dein Schiff einen gescheiten Namen raus, ne? Ich hör zur Anlassung, ist ganz lustig. Ich hab was gefunden, was hab ich denn gefunden? Da musst du gucken, ist immer ein bisschen XP dabei. Mein Schiff ist die Faust des Folges, Lucy. Ich hab ein explosives Faust gefunden. Wunderbar. Ich schieß nicht drauf am Essen. Doch, ich stell mich drauf und dann schieß ich drauf. Was ist das? Oh, Granaten. Ich hab Granaten gefunden. Oh, hier gibt's doch kein Sprachchat in dem Ding. Yes. Ja, aber dann bist du ja mit den anderen in deiner Gruppe im gleichen Sprachchat. Deswegen haben wir Party gemacht. Und ich hoffe, dein Audio tut's mit übertragen. Eingestellt ist es ja, oder? Müsste es eigentlich, ja. Ja, weil beim Robbs war es mir so ein Spaß beim letzten Mal. Und da war von ihm halt nix zu hören. Und dann war die Aufnahme nicht so lustig. Ja, die ist allgemein nicht so lustig, wenn der Robin dabei ist. Oh, und schon geht die Tisserei wieder los. Und dann kommt die Frau rein. Ja. So. Einer muss die Wahrheit sagen. Nein, wir sind, in dem Spiel sind wir alles Brüder. Äh, Roni. Äh, Roni. Ja. Ich hab für einen Punkt für mich markiert, ne? Ich hab jetzt neu markiert. Ja, ich hab den, ich hab dich noch gefragt zu der Orangenmarkierung, da sagst du ja. Ja, und ich danach hab ich gesagt, markier noch so, dass du ne, weil ich gleich ummarkieren muss. Okay, wohin soll ich jetzt gehen? Okay, warte, ja, jetzt hab ich den Punkt eh. So, dann gehen wir da. Ich seh schon ein Herz und eine Seele. Nee, jetzt. Gott, ist das laut. Ja, dann stell doch um. Ja, so, markierst du gleich. Ja, dann muss ich mir jetzt mal das scheiß Intro-Video angucken. Ja, dann guckst du doch um, das macht nix. Ja, aber es ist so laut. So, jetzt laufe ich natürlich direkt in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Ja. Sterb ich, Herr. Ja. Bring ich dich um. Ja. 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 Ja, das ist äh, friendly-feuers-an-nummer-sauce, äh, Lucy, das lässt sich auch nicht ausschalten. Sas. Ja, ich sag sowieso nur noch, äh, Lassi zu den beiden. Lassi und Sassi beide sind ein. Ach, aber wenn ich dir in Sachen... Ich lege Einspruch dagegen ein. Das ist mir doch gar nicht vor Gericht. Das ist mir doch gar nicht. Deswegen kannst du Einsprüche haben, so viel du willst. Weil, äh, alle, äh, Buggies und solche Dinger sind schon bestätigt, ne, für eines der nächsten Addons. Und Max. Buggies und Max sind für das nächste... Verein der nächsten DLC ist schon geplant. Ah, okay. Ja, die Max habe ich... Ah ja, die Max habe ich... Ah ja, stimmt, da hatten wir es ja letztes Mal drum für das schnellere Foto. Oh, shit. Oh, es ist eine große... Oh, nein. Aber wieso dauert es nun so lange, um zu reloaden, macht doch die Jungen. Wir benötigen dich halt geschickt. Oh, yes. Will ich wissen, was der da gerade in seinem Zimmer macht, wenn das solche Geräusche von sich gibt? Ich hab grad so ein arschgroßes rotes Vieh besiegt. Das hat einfach kleine Dinger gespawnt. Wichser. Das könnte man jetzt auch falsch bestellen, Robin. Ja. 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 Ich hab ja in meinem Arsch ein riesen Ding, das hat kleine Dinger gespawnt. Ja. So. Oh. Das ist so. Mit Kyndold erlebt gar nicht bis zu der Lecher hier, weil immer zu irgendeinem Rotter rauskommt. Sie wehrt mit einem schönen Hafen Freiheit! Siehste, geh doch! Oh, proben! So, wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Okay, dann mach ich mal gleich das Ding. Oder nicht? Ja, aber nicht. Mach ich mal gleich das Ding. Kanade in das Backloch. Es ist ein hässlicher Planet. Es ist ein Backplanet. Lusi, hast du schon mal Starship drüber gesehen? Starship, ja. Ob wir ihn unbedingt gucken. Habe ich das jetzt schon geschafft? Ne, ne? War das das? Oh fuck. Was war das? Wir sind wieder so ein hässlicher... Scheiß. Zäubersprung. Ich hoffe, der hellige Scheiß. Zäubersprung. Er bitte Orbitalschlag! Ach ja stimmt, deswegen sind wir auchbschöne. Ich muss jetzt 100ern mit so einem Orbit었던 사건. Alter rennen 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 rennen! Da krie42 3 Stück von? Nee. Ich bin sowus von Tod. Das Dingalt einfach... Somm rennt zu Mit! Ja es meste, ich habe schon kompliziertes Bein. jetzt kommt so ein ding das alles außenrum gepontet und die munition ist alle acht fahre gescheit spritzereien heute die spritzereien danke opsala ok also bei mir das heißt meine eigene sentry wieder warte 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 ich glaube jetzt zu bleiben noch schon scheiße jetzt will ich noch schon wohl den hast du verschwendet ich habe keine munition das ist der das ist der von der mission ja ich habe nicht nur mehr kanaden das ist ein hässlichen scheiß bockarsch eingeschossen zu sagen ich habe so eine center hingestellt die kommt jetzt gleich in 321 nur dass du nicht erschossen also ich habe keine munition ich habe keine munition also die richtung renn doch renn doch wo wenn es tut dann gehe ich noch stiften ich dachte in sein bein war verletzt weil ich eine quatschwunde hatte konnte denn muss sagen ich habe dich mit in die box rein geworfen viel gut das wird was das wird was und und ein Stück genau das Ding so jetzt habe ich geworfen ich hole jetzt noch schub weil ich habe keine einzige munition mehr ey von all die kommen ja von mir dabei jetzt was ist denn hier los was hast du so angestiftet hier so wenn du noch vorräder willst das steht hier ne yes das ist das so so ok mein bauer macht eigentlich alles gut jawohl siehst du hier fünf vierer wurde weggefetzt da der nächste hier ja ich habe den halt noch nicht ist ein gutes investment sobald ich den fein schalten kann habe ich auch einen der den gibt es in zwei versionen gibt es für eine so jetzt explodieren der fässer ok erst mal drauf hier so wo gehen wir hin ach die kommen aus den löchern raus die du nicht zu gemacht hast wir 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 das sind die dinge vor uns oder hier sind fünf löcher hier ne hier ach da wenn du die nicht zu machst kommen die ich habe jetzt auf ja ich habe jetzt auf der karte geguckt wo die sind ich muss ja auch schmuck kommen ich habe aber auch nichts mehr zum schließen was soll ich denn machen so ah ok ok die hast du fortgeschlossen so kill myself eine hippo griff das war es doch siehste weil wenn wir in der nähe von den löchern rumchillen dann ist es auch eine ganze Zeit welche bis sie zugemacht werden vor allem rumchillen wenn ich jetzt munition le munition so wo gehen wir denn als nächstes oh von 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 Norden kommen welche in Nordost Nordost oh den konnte ich nicht schießen sonst hätte ich dich wieder erwischt oh dein blöder hätte mich jetzt beinahe gekillt dein Bohrer beinahe du bist doch full health hier ich glaube es hat ja ich habe ja auch gerade noch die kurve gekriegt so so ähm wo mag hier mal als nächstes Tor links neben uns ne yes ja genau das Intro ist genial ja ist freilich genial das ganze Spiel ist genial na ich bin da reingelaufen und habe einen Typen gesehen habe ihn direkt gekillt und war so ja ist ja nicht so schlimm deswegen das Banty Fire dann solltest du einen neuen holen und dann geht so ok jetzt kannst du weiter und ich habe den Mann trotzdem getötet ja das ist gar nicht schlimm schnell über seine Kameraden hinweg zu kommen du verlierst dir eh noch öfter genau genau zu wischen ok schön zu wissen was ehrlich gemacht hat ich hab weil wenn man den nicht killt oder so explodiert er einfach also wenn ihr nichts macht explodiert er einfach das wars weil der sagt hier ist das ist dein Kameraden ne dann gehe ich zu dem hin Inspekte den mal von vorne und hinten auf einmal explodiert er ich werde weggeschossen ich dachte ja hol der Mann neu den habe ich dann gelassen das wars dann ja hm ok genau wo ist denn hier das letzte ah ne wir haben uns doch geführt nicht ja ja boh dann gehts ja mal ne oi das ist ja großartig hast du markiert yes ok saugend robin gehen sie vor saugend raus oder yes nun die zweite noch katheter äh katheten meine ich katheten katheter oh oh katheten katheter hat er gesagt katheter ist was anderes als katheten katheter ist das Ding das hat dir ein penis reinschieben hann die luse befördert warte mal nein 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 Habt ihr den jetzt nicht verstanden wir haben schon überlegt ob du uns dann verstanden hast oh dann lädt ich jetzt schon mal nach dann kann ich wieder munition mitnehmen so geht die tute hier auf hinter dir gar nicht doch da mussst du ja irgendwie aufgehen da ist ne kamera erst ist keine kamera mehr Gehen wir uns einen Schritt zurück, einen Schritt zurück. In Deckung, Granate! Ohhhh! Ha, von wegen! Guck, Tür ist auf! Das ist noch ein Metal. Eine Metal? Geiler Scheiß. Okay, Granaten liegen gleich wieder daneben, plus Munition. Neues Magazin! Aber der Witz war, ihr seid eine Kathete und ich habe gefragt, wann werdet ihr so Hypotenuse befordert? Weil die Katheten sind kleiner als die Hypotenuse. Das mag ja sein, aber ich habe ja Katheter gesagt. Das ist das Ding, was man dir in die Harnröhre schiebt, wenn man bei dir eine Blasenuntersuche machen will. Das ist ein Katheter. Ja und mit deinem Strahlemann hier braucht man echt nichts zu machen, ey. Das Ding geht ab wie Lucy. Siehste, ne? Das ist das Ding, also wirklich, das Ding mit 360 Grad alles abdecken. Nichts Überraschungsattacke von hinten mehr. Oh, ich guck mal hier, hier lauter Proben hier. Drei Proben. Drei Proben. Oh, 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 oh. Ja, renn halt einmal quer durch! Was denn? Ich, ich, ich. Ja, auf zehn Spitzen, auf zehn Spitzen laufe ich durch. Damit ja auch nichts passiert und so ein Elefant bumm 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 bumm. Ja, was? Das war jetzt. Meine Fresse hat's mich jetzt gebeutelt, ey. Warte mal, ich guck mir grad den Clip an. Ich, ich würde jetzt am liebsten grad eine Kranade gefolgen. Schick mir den noch einmal. Das sieht aus der Perspektive so cool aus, ne? Weil ich bin um die vorbeigelaufen, ne? Und kurz vor meinem Bildschirm sichern, wie du in der Luft liegst. Statt mir nachfällst. Ah. Okay, geh mal mal da hoch. Ah. Warte mal, der wird dir jetzt erst mal geschickt, der Clip. Sehr schön. Ich guck mal, ob's davon irgendwas zu holen gibt. Kann ich direkt mal probieren. Wenn man jetzt den, äh, äh, ähm, Dings aufsprengen kann, dann kann man doch bestimmt auch den Zaun weg sprengen, oder? Nein. Doch. Haha. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist der Boss. Oh, das ist der Boss. Gib mir ne Sekunde. Oh, oh, oh. Alter, du, der mir so'n hässlichen Scheiß-Arsch ins Gesicht hängt, ne? Ja, der Arsch ist der Schwachpunkt. Ja. Trotzdem finde ich's nicht schön, dass es so'n hässlicher, blöder Bock mir das Ding ins Gesicht hängt. Alter, du... Der rennt um die Runde in der Zeit. Granate! Oh, du noch's genau rein! Deswegen... Crouch ich schon die ganze Zeit aufm Bono, damit du mich nicht erwirscht. Ha! Hässliches, kleines Drecksviech. Ey, 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 ey. Das will ich auch nur... Ich will auch nur überleben, naja. Siehst du, schon wieder so'n Christ-Attack von hinten. Hat ich den gleich weggeschrubbt. Ja, Alter, ich... Ach so, warte mal. Man muss halt nichts machen mit dem Ding, ne? Finde ich geil. Ne, vor allem zeigt sein, wenn man gleich auch ein Wuterscheiß herkommt, ne? Ja, genau. Deswegen hab ich ja jetzt gar nicht gewusst, die kam nämlich von hinter uns jetzt. So, nach links müssen wir jetzt... Guck mal jetzt noch ne Probe. Ich guck mal hier noch rum, ob noch was rumliegt. Okay, ich zerschießen wir das Ding hier. Mit normalem Muni. Also ne Probe hab ich noch gefunden, aber mehr scheint hier nicht zu sein. Sag mal Probe, 9 von 22, also das... Oh, was ist das? Gartok. Oh, Roni! Ja? Ich habe etwas für dich. Erzähl. Wenn ich mich dir jetzt genau da hinstelle, was passiert dann? Tod. Das ist das Geschenk. Ohhhh. Tod und Verderben. Ohhhh. Nice. Nice. Merci. Echte Freunde. Echte Freunde. Yes. Den nächsten gibts in sieben Minuten, wenn die Lucy irgendwann mal online kommen, die nächsten vier Jahre. Was ist das mit Vorläufer, Vorboote, Vorbild, Vollstrecker? Auf Englisch bitte. Ich spiel das Ding auf Englisch. Das ist dein Norm für dein Schiff, wo du jetzt eingibst. Du hast ja links in Kosten und rechts in Kosten, ne? Ohhhh. Das ist scheiße. Du kannst jetzt die Norm für dein Schiff eingeben. Ich bin die Faust des... also meins heißt Faust des Volkes. Wie heißt dein Schiff? Urteil, dass irgendwas... Das ist scheiße? Ehrlich jetzt? Das ist ja scheiße. Das ist bockscheiße. Das ist ja voll eglig. Das geht auf jeden Fall in scheiße rum. Ohhhh. Da. Jetzt will ich nicht mehr auf die Bockplaneten. Da geh ich doch lieber auf die Roboterplaneten, ey. Scheiße wenigstens nicht. Dann verliert vielleicht mal einer Öl oder sowas, ne? Ja, schon mal hier VOLUTE, ne? Du kannst hier einfachen. Stattelkopfdiener. Hau. Huuu. Siebst... Die zwei von den Dingern siehst, denn hier ein Der Böcke, eh? Oha, der Gucke, eh? Hier kommt gar nichts mehr, ne? Nö. Boah. Boah. Jetzt noch eine Centrie, ne? Und wir müssen keinen Finger mehr bewegen. Oh, hinter mir, hinter mir, ohhh. Woa hinter mir, ohhh. Oh, erhänt wieder ein kleiner Scheißer. Ähm, da oben ist noch ein Loch, hinter dir, hinter dir? doch ich habe leider keine kalorien mehr auf keine holst du anforderung holst du anforderung noch schub meine ich natürlich alle ein kurzes vor die konkurrenzungen ich schieße gar nicht mehr ich schieße wirklich gar nicht mehr ich mache gar nicht mehr wir mussten irgendwie rumstehen das war's so guck mal direkt neben uns liegt der pober jetzt hat mich mein eigener scheiß typ hier angeschossen so wo ist jetzt das ding gelandet ist das hier ja jetzt geh halt da ran so jetzt soll ich auch wieder granaden um nicht sagen das gefechtig gepanzerte vier hat sogar so viele probleme haben noch so viele gepanzerteile links von zwei strahlen zurückgeschoben wird ne oh warte mal ich will ja mal mein ding herunter das ding ist jetzt will ich jetzt hier runter holen ich will nein ich will es gar nicht mehr entschuldigung dass ich gefahrt habe ich will meinen egel hier runter ok so nennt man das heutzutage alter wie viel von den scheißviechern wandern das gerade au ok warte mal oh was hier an scheiße rumliegt ich hab noch ein garthaus bekommen wir haben jetzt drei garthaus hier ne ich hab aus dem portrat ein garthaus bekommen äh als wendung dort ok warte 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 wir haben den roger ne ich weiß gar nicht wo du bist du bist denn doch wir kommen nämlich immer zu ein neuer packhausen auch im nächsten deswegen bin ich immer weiter rüber gelaufen hier bin ich siehst du das ding hier das ist der normale guard dog der schießt normale kugeln ne ja dann haben wir hier den roger der laserfalt und der eine tut sich halt ab und zu da rein tun um nachzuladen ne und der andere kürzt sich halt ab ja wenn ich mir so goldene strahlen da laufe ich mal hin ok jetzt wo ist es wohin ist es da ist es da ist es da ist es so da zucker ähm so wo gehe ich hin was ist denn das da meiner fläscher da geh ich hin oh und gleich noch eine Probe gefunden ja die gibt's meistens so also bei oh ho 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 jawoll was ist Anforderungsbücher Wombo ok also die Hauptmission haben wir jetzt das schon gemacht ne oder ja jetzt geht's noch ein bisschen erkunden oder aber diesmal gehen wir rechtzeitig raus würde ich sagen ja ok der Wombo ist doch besser also der normale der lädt viel öfter nach also der ist viel öfter in der Backpack macht gar nichts jetzt rum außer die ganze Zeit nachzuladen jetzt schon wieder alle 10 Sekunden lädt ich also ist vielleicht ein bisschen heftiger aber lädt alle 10 Sekunden nach fällt mir gar nichts wie schmeckt euch die Freiheit wie schmeckt euch die Freiheit ja frisst Demokratie du scheiß Gott so so da hinten guck mal hopps hier süden ja das ist der Extraction Point ne davor ein Haufen von den scheiß Viechern achso ey gleich wird reingelasert wir ordentlich Demokratie ey ich hab jetzt nicht einen Schuss abgegeben ne wirklich ok da hinten ist noch ein Backen ist dann haben wir es eigentlich ja dann machen wir das noch und dann evakuieren wir und dann ist Lucy soweit perfekt yes ich bin schon soweit achso wann sagst du denn nichts ja dann wäre was machen wir gleich schlafen kann man äh ja guck dich schon mal auf dein Schiff um dann kannst du schon mal äh dich vertrauen es ist halt am Anfang noch nichts weiter freigeschaltet also ich bin auch erst Level 4 bin ich 4 ja gell mhm und der Hobbs ist am weitesten mit 11 deswegen ist er jetzt schon Sergeant wenn nur ich noch ein Cardeder bin ja aber da kommt nichts weiter also mit Level 11 hast du auch so gut wie keine Vorteile nix OP oder so was ein Ronny irgendwie besser helfen würde oder so so ein Autobahn oh guck mal hier Backlöcher ja aber die ist das schon mal geil ja das war also wirklich mit Level 10 oder so ne mit Level 14 glaub ich bekommst du so eine Methrone ne die folgt dir halt die verbraucht auch keine Muni die musst halt ab und zu mal abkühlen aber das war's ähm da gibt's eine die verbraucht auch keine Muni aber die hat halt unendlich ne und die haben wir grad drüber geredet lädt halt viel öfter nach deswegen ist er kaum draußen und lädt die ganze Zeit nach ja weil theoretisch kann so ein End ah hier bin ich voll gestorben an meiner Trennz wie siehst du? ich stehe sogar immer noch hier hier hat mich das Ding vollständig so hier liegt scheiße so ich geh zum Extraction Point ich will dass Lucie dabei ist wenn wir die kleine schon mal dazu kriegen dass sie online kommt oh wir haben eigentlich oh 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 da kommen welche da kommen welche da kommen welche ja die hab ich verstärkungen noch schon so muss man da jetzt irgendwas drücken ist der mal hier? ne der ist bei mir alles gut vor der Evakuierung an ja 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 ich muss hier grad nur ein Loch zu machen ich muss erst mal ein Loch schießen da kommen immer zu Sachen raus ich hab da vorhin was in das Loch reingesteckt das sind lauter kleine Sachen rausgekommen oh das Ding hat sich jetzt hier einfach hochgegraben und hat mich aus dem Busch attackiert ich glaub durch den du noch da hinten rum gängst mit den blöden Boxer ist ja einfach keine Sau ja die kommen hier grad alle zu mir ne du bist ich bin beim Extraction Point weil ich hier auf dem Flugzeug war ne ja wo ist denn der ach da hinten ja hey die kommen aus der anderen Richtung guck mal her ja und hier ist nicht ne die kommen alle zu mir hier sind grad 500 Viecher ich schieß den grad 500 Viecher das ist kein deutschrotten ja hier sind grad 500 Viecher wirst du Deutschlehrerin Lucy? ne ja dann dann was was diskriminieren warum ärgerst du uns? ey hier kommt kein einziger Robin kein einziger ich glaub ich hab jetzt außes in den spawnen von den Viechern hier die ganze Zeit weg die kommt immer noch an gespawnt ne ja dann lass die ruhig spawnen ne ne komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her das siehst du von hier guck mal die ganzen Viecher die es ankommt ich glaub ich bin jetzt außes hin vor der im spawnen von gerandet ne ich hab das Ding aktiviert und seitdem hab ich das geschützt in der Hand und brauch's nicht werfen weil ich einfach keinen Schwanz untermichsel sehe drück wieder L1 damit wieder wir benötigen ein geschützt oder wär's einfach siehst du ich hab jetzt die ganzen Viecher ich glaub ich war jetzt bei den spawnen von den ne ja die kam jetzt ununterbrochen kamen die dann gezeigt die werden also aus der richtigen echt Robin ununterbrochen ununterbrochen ja da hinten meint er der schießt schon Dauerfeuer deine auch oooohh das ist klar haha das hätte sie dich echt doch vom Schiff gelassen ah so jetzt muss ich gleich kriegst du ne impf soo ist das ein Opfer der ist der Kämpfer über mich gelaufen Luzi meinst du jetzt Luzi oder wen meinst du jetzt Luzi ist doch kein Auffall doch den Olli der ist der Kämpfer über mich gelaufen der ist mit wen über ja guck mal an die Musterkits da ist die Kräuterhexe da ist die Laura da ist die Marmuth 2 da ist Olli und da bin ich äh jetzt wo ich ja keine Schülerin mehr bin ist ja eigentlich ganz ok wir haben den Satelliten vergessen wir haben den Satelliten vergessen nein und wir haben auch nur einen von den Dings gemacht oh wir waren so schlecht jetzt ist Luzi dabei ach wir haben den Satelliten vergessen jetzt seid ihr noch schlechter nein so äh Rops abschließendes Wort als Sergeant zu dieser Mission hätte besser sein können ok jetzt mach ich die Aufnahme das sind wir eine dreiviertel Stunde nicht mit dir